So Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu Super Luigi Galaxy. Ich seh grad, im Badezimmer ist heute was los, da wir im letzten Part ja die Terrasse wirklich jede Galaxie 100% beendet haben. Zu 100%ig, 100%ig beendet haben, so ergibt das Sinn. Geht es jetzt auf in eine neue Kapsel in das Badezimmer diesmal. Dort wartet ein weiterer lila Münzenstern auf uns und der wäre in der Kampffelsengalaxie. Das dürfte einiges an Zeit kosten, ich bin gespannt. Die lila Münzen Riesenfestung. Dumpst, 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 Dumpst. Sehr schön und los geht's, wir landen auf dieser fahrenden Plattform und jetzt geht's los mit dieser epischen Musik. Dump, 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 D hoch verdammt nein ja und das kann ich dann vergessen wunderbar der erste fail noch mal ganz klar die galaxie ist nicht leicht nein nein ganz und gar nicht leicht besonders weil die kugeln extra deswegen sie kommen extra in dem moment wo du halt bei der münz wo du halt warten muss dass du die münze einsammeln kannst genau dann kommen die kann nun und dann wird es definitiv er kommt das ist doch nicht wie das ist doch nicht so gott wir haben schon mal weit geschafft das muss ich hier alle kriegen ich komm mit den 3d doch nicht klar das ist doch nicht wunderbar dumm 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 scheiße auch nein ist doch nicht wahr ach komm ist doch nicht nett ist doch ich war nicht dein ernst mann die sterben ich habe kein bock weiter zu leben macht kein spaß ach komm jetzt geh sterben und fähig an der einen stelle ist doch nicht und da wir jetzt das ziel gewesen noch mal ganz klar 2 so weit nicht dann eher der rahmstieder wieder da welcher nintendo erfinder hat sich die mission hier ausgedacht da finde ich das auch da finde ich doch nie wird auch richtig episch weil da habe ich letztens gelesen sie dir für dein nächstes abenteuer rutschfeste schule an das fand ich richtig neben den satz wer mich auf meiner view hat geerdet hat der der kanzler gesehen habe ich den satz dann eher gegeben hat was einfach nur episch war der satz da müsste zu geben ja richtig gut eingesammelt der echt hammer ja komm ist nicht nett es ist doch nicht wahr es ist nicht wahr ist doch nicht nicht dein ernst mann oh mann jetzt kommen doch die sterben ist nicht dein ernst wieder verkackt macht doch gar keinen spaß und das ist so richtig lame sehr schön muss schon sagen das war geil aus gerade alter wie lang sitzt man an der mission freunde ihr dürft wetten ist das jetzt der finale versuch oder noch länger er könnte er in der zeit sehen wie lange wir dran sitzen aber wenn euch jetzt mal die zeit weg denken würde was glaubt ihr wie lang wie viel versuchen noch ab jetzt werde ich brauchen es ist doch nicht nicht ich fang gleich rollen an dann lernt ihr mich mal kennen ihr scheiß erfinder und dann reagiert dann anschaut natürlich wieder so so selbst und selbst so wie es gerade wo kommt okay etwa die schon mal etwa die schon mal ist das gut so etwa die perfekt das ist doch geil haben wir gut haben wir gut haben wir gut haben wir geil ja richtig perfekt perfekt oh gott äh bloß überleben luigi kann man eigentlich kauf verkacken was sagst du mir gut gemacht du hast dich bis zum handy durchgehalten ja ansonsten hätte gesagt wo sind meine hunde münzen ja sehr schön gut hätten wir den geil gut dann hoffe ich der bad euch gefallen und bis zum nächsten mal und tschüss